Willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Wir sind im letzten Part von der Schule geflogen. Ähm. Ja. Das ist der Schläger, okay. Und. This junkyard is massive. I'll explore more after I take this battery back to the truck. Pass auf, dass es keine Funken gibt. Und ich sag's noch. Erst plus, dann minus. Halt, ob der jetzt anspringt. Ist doch bestimmt kein Benzin drin. Und der Schlüsselfilter. Du hast kein Benzin. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Oh, oh, oh. er meint elf doch ich bin nicht scheiße ist du absolut nicht laut meiner mutter schon weiß nicht ob ich ertrage heute nach hause zu gehen noch da ich hole was von zu hause und seht ich habe einen schrotzplatz ich sehe dich sehr bald weh wenn nicht ich habe einen schrotzplatz ich habe einen schrotzplatz ich würde wahrscheinlich über diese massive hole es wäre wahrscheinlich eine gute Idee über das mit etwas ich glaube wenn ich sehe kann ich etwas anderes zu finden in der Truck Ah, da oben. Vielleicht gibt es noch eine Lichtbulbe, die ich hier in die Hand setzen kann. Okay, das war es jetzt aber. Okay. Wir brauchen eine Glüh... Okay, wir sehen, was anderes dieses Trash-Heap gibt. Jetzt mal reparieren, Philipp. Wir brauchen eine Glühbirne. Hier, ein Stück Blech und Teppich. Wir haben ein Boot. Wow, ne? Ich bin selber schuld. Hey, wir haben... Hier ist ein Radio. Können wir... Freundlich der Entwickler. Die Tür wieder bei ihm haben. Was ist das? Natürlich. Ich fühle mich. Das... ...might make the perfect cover for that torn seat. Exciting is the perfect words, Dan. Thanks to generous donation from the Prescott Foundation. Blackwell has begun shifting its focus to... Halt. I know one fire, that doesn't need any poking. Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Not again. It's probably not what this person meant either. Okay. Okay. Hmm. Okay. Bring mal erstmal die Flagge zurück, weil hier geht's... ...gehen jens wo weiter. Guck mal, aber hier. Was haben wir denn hier? No. Not going over there. Okay. Leave no trash box unopened. That's my motto. Und es ist... Hä? Sing your song, tiny man. Können wir aufs Armaturenbrett stellen. Nee. Hä? Äh? Warte mal... So. Erstmal das beides. Hier ist unser Auto. Was ist die Flamme gewesen? Ich weiß jemanden, der hier sehr glücklich wäre. So, da ist er doch gut. Erstmal wieder verlassen. Wir brauchen noch eine Lampe. Und wir brauchen noch ein Stückchen Blech. Das ist der Kopf. Eine Lampe. Das haben wir schon. Haben wir hier? Wir werden mal was mit mir erzählen. Eine Fußmatte. Dieser Mat hat einige Dinge gesehen. Gut. Du solltest das Leben-endangering-Floor-Hole ziemlich gut kümmern. Das war das? Dann aber wo kriegen wir eine Glutbirne her? Hier geht's... Ich brauche nicht weiter. Gehen hier erstmal große Kabeltrommeln. Okay. Hm. Das war schon wieder ein Rohrkopf. Wir gucken hier hinterm Auto. Ist der Fotoapparat. Den haben wir auch schon mal gesehen. Diese Kugel hat einige Meilen auf dem. Okay. Teppich aber auch keine Glutbirne. Was haben wir hier? Glasscherben. Das Glas sieht deutlich schöner, wenn es es gebrochen wird. Ich frage was für das noch immer. Hm. Halt, hier, da ist auch irgendwas. So. 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 Maybe there's another light bulb I can put in here. No, I can't. Ah, so kommen wir auf das Boot drauf. Vielleicht finden wir da eine Glühbirne. So, jetzt willst du ja wohl hochkommen. Ach du Scheiße, das brennt ja immer noch. Na, wenn das so ist. Was will ich sagen, meine lieben Sälerinnen der sieben Trashies? Na, gerade ein Friedhof. Got it. Ein Autofriedhof. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Okay. What? Ansehen. Goodbye, Captain Bluebeard. I hardly knew you. name покуп. Dann der 1924 bis 2010, okay? Oh, ich darf euch reinklettern? Okay, alles geht nicht. Achso. Dann vom Beitritt an. Ha, Kater ist im Hintergrund laufend das Radio. Brech bitte nicht durch die Decke, das könnte wehtun, nur was da drin aussah. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful, or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. In conclusion, fire, pretty sweet. Okay. Okay, ich glaub, sie sagt nicht noch mehr, dann können wir hier wieder weggehen. Wir brauchen ... Runter klettern? Ne, ich sag jetzt ... Okay, da kommen wir ... Okay, da kommen wir nur hier dran vorbei. Also geht automatisch da hoch, okay? Ne, das ist ja doof. Ich hatte wirklich gedacht, wir finden jetzt hier oben ... Die ... äh ... Die Glühbirne, aber anscheinend ... äh ... Ist dem nicht ... So, dann müssen wir mal weitersuchen. Ja, was, hier gehen wir jetzt sofort wieder weg. Ja ... Hier gibt's keine Glühbirne, wie mir scheint. Die müssen wir noch mal weitersuchen. Was ist das denn? Es ist alles lustige Spiel, bis dieser Mann alle schlägt. Licht den Weg, Robobulb. Ah ... Na bitte. Haha, gefunden. Perfekt. Ja ... Damit haben wir, glaub ich, alles. Hier ... Reparieren. Ne blaue Lampe. Aber wir brauchen immer noch ... Benzin. Das Ding sieht aus wie eine rustetete Shopping-Karte. Wahrscheinlich dreht wie einer, auch. Das ist, wenn es überhaupt dreht. Das klingt so problematisch. Still ... Wie süß wäre das denn? Da ... Oh ... culpte ... Ja ... He ... Frank. Oh ... Hey Frank. What's up? Hey ... Just checking in to ... See how you're doing. Eh? No ... Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about ... Oh, like drugs? Christ! I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard, that's great. Stay there or I'll see you soon. Okay. And Frank? After you hang up, are you going to smash your phone? Like, in the movies? And if so, can I smash it? Trust me, Price. If I ever have to smash anything, you'll want nothing to do with it. He- Time for a hard earned smoke break. The inaugural truck tag. Okay. You only get one chance to make a first expression. Mystisch. Machin' was mystisches. Ha! Jawoll. Sehr cool. Tell me if we're ever really getting out of Arcadia Bay, all seeing eye. Looking good, Robobulb. There it is. Ha, 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 ha. Geil. Oh, Handschuhfach. Ja. Das wird es tun. Aha. Ups, sorry, war zu schnell. Schauen, wer zuerst hier ist, Rachel oder Frank. Untertitelung des ZDF, 2020 und da schläft sie ein. Super. Jetzt wird was spannend, Frank oder Rachel? Wer lebt sie jetzt? Oh. W- What the hell? Du träumst. Immer dieser Rabe. Überall taucht ein Rabe auf. Der zieht sich durch das komplette Spiel. Irgendwie. Der hat... Hm. Geh, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ähm, bis dahin und... Ciao. Bis zum nächsten Mal, mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.